Guten Tag, mein Name ist Marc Buchmann. Ich bin Frauenarzt in der Asclepius Klinik Lindau. Ich leite gemeinsam mit meinen sieben Kolleginnen und Kollegen die Abteilung von Gynäkologie und Geburtshilfe. Wir behandeln beinahe alle gutartigen und bösartigen Erkrankungen unseres Fachgebietes. Unser Schwerpunkt liegt in der Endoskopie und in der Becken-Boden-Chirurgie. Dazu stehen uns top ausgestattete und moderne Operationssäle zur Verfügung. Darüber hinaus verfügen wir über neu renovierte und sehr, sehr schöne Kreissäle. In der Geburtshilfe entbinden wir generell ab der abgeschlossenen 36. Schwangerschaftswoche. Ich befinde mich in der außerordentlich glücklichen Situationen in einem wunderbaren Team arbeiten zu dürfen und das betrifft jeden Bereich, sowohl das Pflegeteam als auch das Kreißsaal-Team und natürlich auch unser arztliches Team. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.